Hallo zusammen, heute machen wir mein allerleckerstes Lasagne Gericht und zwar Gyros Metaxa Lasagne. Zeit den Grill anzuschmeißen. Schnallt euch an, das ist die mit Abstand leckerste Lasagne, die ich je in meinem Leben selber gemacht habe. Wir starten mit einer gusseisernen Pfanne und etwas Chiliöl, etwa 1 bis 1,2 Kilogramm Schweinehackfleisch, würzen das Ganze mit ordentlich Gyros Gewürz und dann braten wir das Ganze an, dass es ein paar schöne Röstaromen bekommt und setzen das dann beiseite und stellen es warm. Wichtig ist an der Stelle, dass man es nicht komplett trocken brät, weil das Ganze am Ende noch in unsere Metaxa Soße wandert. Und um die Metaxa Soße kümmern wir uns als nächstes. Hierfür habe ich einen Anzündkamin halb voll mit Buchenholzbriketts vorbereitet und heize dann meinen Dutch Ofen vor. Noch ein bisschen mehr von meinem Chiliöl und gebe dann eine ordentliche Portion Zwiebeln in den Dutch Ofen. Das Ganze lassen wir dann schön anschwitzen, bis die Zwiebeln richtig schön Farbe bekommen und dann geben wir Knoblauch hinzu. Die genauen Mengenangaben für dieses Rezept gibt es natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung. Es könnte ja sein, dass euch das Ganze genauso anfixt wie mich. Dann geben wir gewürfelte rote Paprika hinzu. Es gibt sicherlich verschiedene Metaxa Rezepte im Internet, wenn man das mal recherchiert. Nehmt einfach das, womit ihr euch wohlfühlt und was ihr gut findet. Das Ganze lasse ich jetzt so lange anschwitzen, bis die Paprika ein bisschen weicher werden. Man merkt das natürlich von der Menge her und von der Farbe her. Ich denke mal, dass dieser Vorgang so nochmal weitere 6 bis 8 Minuten dauert. Dann benötigen wir eine ordentliche Portion Tomatenmark, so 150 Gramm etwa. Das ist jetzt wieder die Stelle, wo der Geschmack entsteht. Wir lassen das Tomatenmark mit dem Gemüse ein paar Minuten im Topf anrösten. Dann löschen wir das Ganze mit Weißwein ab. Ich habe hier einen super leckeren Grauburgunder, geht aber natürlich auch jeder andere Weißwein. Wenn das Ganze etwas anzieht, geben wir eine Dose stückige Tomaten hinzu und dann eine fertige Soße für Nudeln, so eine Pastasauce. Die ist bereits fertig gewürzt, macht die ganze Sache etwas einfacher. Man kann aber auch passierte Tomaten nehmen und einfach noch etwas weiter mit Gyrosgewürz nachwürzen. Das machen wir aber ohnehin noch. Für Metaxa im Original hat es nicht gereicht. Das ist, denke ich, mehr oder weniger das Gleiche. Hier die preisgünstige Variante. Komischerweise schmeckt mir das sonst überhaupt nicht. Also ich benutze das maximal zum Kochen. Von daher reicht auch, wie gesagt, die günstigere Version. Dann geben wir Sahne hinzu und lassen das Ganze 8-9 Minuten bei niedriger Hitze so vor sich hin köcheln. Hin und wieder umrühren kann nicht schaden. Hin und wieder schmecke ich das Ganze etwas ab und würze es zur Not noch etwas mit dem Gyrosgewürz. Da kann ruhig ordentlich was mit rein, weil durch die Sahne wird das Ganze zwar etwas cremiger, aber geschmacklich erstmal wieder ein bisschen flacher. Jetzt habe ich den Latschofen beiseite gestellt und das Ganze mit einem Zauberstab einmal so durchpüriert, dass wir eine richtig schöne, sämige Konsistenz haben. Das ist der Moment, wo man dann auch nochmal mit Metaxa und Weißwein nochmal etwas adjustieren und abschmecken kann. Das Ganze noch im Zweifel etwas mehr Metaxa-Soße rein, wenn der da drauf steht. Ruhig auch nochmal mit Gyrosgewürz und mit Salz würzen und umrühren. Jetzt können wir auch das Hackfleisch hinzugeben. Habe ich vorher nicht gemacht, weil ich wollte ja eine cremige Soße ohne Stücke von Zwiebeln und Paprika haben. Deshalb macht es Sinn, das Hackfleisch dann erst hinzuzufügen, wenn wir das Ganze ordentlich durchpüriert haben. Ich möchte natürlich nicht das Hackfleisch mit durchpürieren. Wieder zurück auf den Grill. Die Hitze nimmt jetzt langsam ab. Und auch das lasse ich nochmal so kurz, ja 5-6 Minuten köcheln. In der Zwischenzeit habe ich eine Béchamelsoße vorbereitet. Diese Béchamelsoße ist bei mir immer das Standardrezept aus dem Thermomix. Kommt mengenmäßig immer, finde ich, sehr gut hin. Hat eine schöne Konsistenz und gefällt mir geschmacklich ganz gut. Gelingt immer. Natürlich habe ich auch schon diverse Male gezeigt, wie man eine Béchamel auf seinem Seitenkochfeld selber machen kann. Das ist natürlich ganz euch überlassen. Wir nehmen mal so 2-3 Esslöffel und vermischen das mit etwas von unserer Hackfleischsoße und geben das dann in unsere Auflaufform. Jetzt schichten wir Schicht für Schicht unsere Lasagne auf. Ich habe hier so Lasagneplatten und gebe dann immer wieder etwas von dieser wunderschönen Metaxa-Hackfleischsoße obendrauf. Total geil. Zwischendurch ruhig mal ein bisschen Käse einstreuen. Ja und der Rest ist jetzt keine Raketenphysik mehr. Ich mache Schicht für Schicht meine Lasagne fertig. Für dieses komplette Gericht habe ich eine komplette Packung Lasagneplatten mitverbraucht. Ich bekomme oft die Frage, wie viele Personen bei uns mitessen. Wir sind in der Regel 7 oder 6 Personen, mindestens 2 Erwachsene, 4 bis 5 Kinder. Je nachdem wer gerade so da ist. Und von dieser Lasagne konnten wir danach auch noch am zweiten Tag etwas essen. Also überhaupt gar kein Problem. Als finale Schicht geben wir dann die restliche Bechamelsoße oben drüber. Verteilen diese auch und toppen das Ganze dann mit geriebenem Käse. In dem Fall jetzt hier Mozzarella. Aber ihr könnt natürlich jeden geriebenen Käse nehmen, den ihr möchtet. Man kann auch einen griechischen Käse nehmen, wenn man das Ganze noch etwas griechischer haben möchte. Das war hier so ein bisschen ein Crossover von griechischer und italienischer Küche. Jetzt war dann das Ganze auf den Grill, indirekte Hitze oder den Ofen. Etwa 160 Grad, 170 Grad, Deckelthermometer. Und nach 35 Minuten haben wir dieses unglaublich tolle Ergebnis erzielt. Und ich muss sagen, ich habe in meinem Leben noch nie so eine optisch schöne Lasagne hinbekommen. Es ist so geil, goldbraun. Und der Geschmack ist so lecker. Also für mich eine der besten Kombinationen, die ich jemals ausprobiert habe. Gyros mit Taxa Lasagne. Ja, jetzt gibt es wieder die Unkenrufe. Die hatte ich schon beim Gyros Schichtfleisch. Die sagen, es ist eigentlich kein Gyros, weil Gyros ist ja angebraten. Ich denke, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Und am Ende ist es doch egal. Hauptsache es schmeckt. Und das Ganze werde ich natürlich jetzt wie immer probieren. Ich bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Teilen, liken, kommentieren ist natürlich immer sehr gern gesehen. Falls ihr noch nicht Abonnent von meinem Kanal seid, würde es mich sehr freuen, wenn ihr das mal nachholen könntet. Ihr könnt auch mal mein Buch abchecken oder meine Fanpages angucken. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin raus. Euer Markus.